Oh, vielen Dank, Herr Star. Erzählen Sie uns Ihre traurige Geschichte. So wie bei der Probe. Also wissen Sie, ich habe mit Gary jeden Tanz ausprobiert. Zuerst Steppkanz. Und dann Ballett. Selbst Headbending war dabei. Mein armer Schneckerich tanzt einfach nicht. Zeit für die Schmutzwäsche. Mama, ich bin auf Sendung. Und ich will die Wäsche waschen. Komm schon runter mit der dreckigen Hose. Juhu, wir sind unserem Ziel schon einen Cent mehr. Sie können anrufen und schreiben oder übersinnliche Nachrichten übermitteln. Oh, mich erreicht eine übersinnliche Nachricht aus dem Garten. Bitte, Fetty Burgunder. Ich heiße Freddy Flunder. Gleich sehen Sie den Alligatorsprung. Das Feuerrad, zehn Box-Champions mit Augenbinde und eine Mathelehrerin mit einem Problem. Denn jeden Augenblick ist es soweit. Und Patricks Großvater wird sich selbstlos opfern, damit viele unglückliche arme Schnecken tanzen lernen. Was quatscht du da von Schnecken? Oh, was für ein Aal. Zurück zu dir. Danke, Pulunder. Gary, mach mich bereit, deine Schmuckfedern zu schütteln, denn ich habe die Lösung gefunden. Ich nenne ihn den Tanzomat 500. Ich werde es Ihnen mal zeigen. Na dann, Gary, zeig, was du drauf hast. Tanz auf der Stelle, Tanz im Kreis, alles vibriert und dir wird heiß. Doch das ist der Fall. Ja, hallo. Gibt es hier ein Ibina? Ibina Loser? Hey, ich habe gesagt, Ibina Loser. Das wissen wir. Schon nähern wir uns dem Ende unseres Petitons für Schnecken, die nicht tanzen können. Aber vorher schalten wir noch nach draußen zu unserem großen Finale mit Freddy Flunder. Ich heiße Frutti Flender. Ich meine Fletti Frunder. Ist doch egal. Zeit für den großen Stunt. Anscheinend will der Enkel seinem Großvater noch schnell Mut zusprechen. Ich wollte nur sagen, es war nett, dich gekannt zu haben. Oh, nein, warte, war nicht so gemeint. Enkelsohn, kannst du meine Sitzheizung mal ausprobieren? Sie funktioniert nicht. Oh, mein Popöchen hat es hier schön warm. Die Spannung bringt mich um. Bringt sie dich auch um? Ja, vielleicht. Geschafft. Ich habe es geschafft, Leute. Ich habe die Lösung gefunden. Ich nenne es das Stöck-Tanz-Craig. Die Schnecke kann jetzt stecken. Danke, Leute. Dank euch war dieser Petaton ein großer Erfolg. Hört mal, ich habe eine Nachricht für einen Du-bissen-Schwachkopf. Könnt ihr bitte Du-bissen-Schwachkopf rufen? Okay, Du-bissen-Schwachkopf. Ich habe eine Nachricht für einen Du-bissen-Schwachkopf.